Vandal Savage. Er hat das erreicht, was vor ihm noch keinem anderen gelungen ist. Er hat den gesamten Planeten erobert. Aus allen Menschen, die je gelebt haben, habe ich sie ausgewählt. Meine Hoffnung und die Hoffnung der Welt ruhen jetzt auf ihn. Das leuchtet mir ein. Es kann gefährlich sein, zu viel über die Zukunft zu wissen. Jeder, ganz individuell für sich, ist zu etwas Großem bestimmt. Sie sind Legenden. 17. Oktober 1975. Das hier wird eine brandneue Erfahrung für Sie. Rip kennt unsere gesamte Zukunft. Er weiß, was jeden von uns erwartet. Wenn wir die Macht haben, die Welt zu verändern, glaubst du nicht, wir können auch unser eigenes Schicksal beeinflussen? Zum Guten wie zum Schlechten. Ich stehe drauf, Teil eines Teams zu sein. Geht mir auch so. DC's Legends of Tomorrow. Die komplette erste Staffel. Jetzt als Blu-ray, DVD und digital. Untertitelung des ZDF, 2021 Bis zum Schlechten auf einem Moment Nutzung nicht hinbekommen. Das vorlieg wird das Jaumen. ノ